O Siegertag, o ungemeines Heute, an dem das Heil der Welt, der schäme den Gott schon im Paradies, dem menschlichen Geschlecht verwies, nun die Aufsicht vollkommen dargestellt, und suchet Israel von der Gefahrenenschaft und Sklavenketten, und suchet Israel von der Gefahrenheit. Du nimmst, Herr Gott, was sind die Weile da? Ein adelfreies Volk soll dich verlassen, und dennoch willst du uns nicht hassen, denn wir sollen noch nach dem Verdienst zu Boden liegen. Dem muss die Gottheit sich bequälen, die menschliche Natur an sich zu nehmen, und auf die Erde im Hirgenstall zu einem Kinderbirgen. Unbegreifliches, doch sinniges Verliegen, Unbegreifliches, doch sinniges Verliegen, Bis zum nächsten Mal. Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020